Was ist das denn hier? Die Spirale ist real! Die Spirale ist real! Das ist ne Ausgutspirale, das ist ne Ausgutspirale! Alter, das ist wirklich Ausgutspirale! Ich hab die Ausgutspirale gesehen und bin auf den Dach weitergefahren. Alter, wie man sich kaputt überdreht! Ja, wir haben's hier! Hakuna Matata, Bouchakos, seid herzlich willkommen bei der letzten Oldschool-Folge. Heute ein Mega-Hardcore-Warriant von Kevkevkev5 und ich begrüße auch Kev von Dekko! Hallöchen! Halli Hallohu, Bouchakos! Letzte Folge der Oldschool-Woche, wir freuen uns! Mal gucken, was hier jetzt wird. Mega-Hardcore-Warriant, das hört sich ja schon mal nice an. Ich habe das Gefühl, ich bin hier viermal präsent. Kev, Kev, Kev gegen Deko und Barbossa. Vier gegen zwei, ha? Easy peasy. Das ist wirklich die letzte Folge der Oldschool-Week. Und ganz ehrlich, mir hat die richtig gut gefallen. Ja, war mal wieder schön. Bock auf noch so eine Woche. Gab auch eigentlich teilweise so ein bisschen Nostalgie, muss ich sagen. Ja, aber leider hatten wir wirklich ein paar Maps, die zwar Oldschool-Elemente hatten, aber doch im Stunt-Rend waren. Das heißt, eine schnelle Respawn. Wow! Scheiße! Ah! Nein, ich habe gerade nachher nicht gekauft. Scheiße! Ich schieße nicht nachher, hallo, hallo, hallo. Ja, ich schieße da herinnen. Die Spirale, die ist real! Die Spirale ist real! Alter, war das glücklich. Das ist eine Ausguttspirale, das ist eine Ausguttspirale. Alter, das ist wirklich uns gelohnt, Deko. Ich habe die Auffahrt zum Glück gesehen und bin einfach aufs Dach weitergefahren. Alter, wie man sich gefasst überdreht. Okay, ich bin aber noch drauf. Hä, wo ist? So, hast du dich auch überdreht? Warte. Schaffe ich's? Okay. Nee, ich habe es geschafft. Das Ding ist ja, bei Stunt-Rennen, da musst du ja noch aufpassen, kommt gleich ein Longjump, kommt ein Shortjump. Aber bei Oldschool-Elementen fliegt man einfach auf irgendeine Straße wieder drauf. Dann kann alles Mögliche passieren. So, beim zweiten WarRide bist du aufpassen. Deko ist nie mehr geflogen, lol. Ich bin nicht auf der Autobahn gelandet. Lol. Hier beim zweiten WarRide, ihr müsst ein Speed direkt einsetzen. Kein, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder draufkomme, Lisi. Den anderen sparen, Leute, von heute. Sparen? Ja doch, niemals. Die wird nicht gespart. Ist das Assi? Ihr wird nicht gespart. Du darfst nicht sparen. Lol. Ist das ein Assi, Alter. Leute, ich bin zu weit geflogen. Ey, please. What the fuck, wie hard dropped man denn da? Ey, ich bin zu weit geflogen. Dann dropped man ja härter als Depends von... Jetzt kommt, ich weiß nicht wem. Ich habe keine Ahnung, was Deko sagen wollte. Alter, ich kann es nicht. Nein. Das ist schwer. Da muss man jetzt richtig ranklotten hier. Bin ich hier? Nein. Komm, 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 komm. Please. Komm mit den Nüsse, Alter. Auch zu weit? Alter. Ey. Ich muss leider sagen, der ist schon hier zu Ende. Das war schon der Fall. Nein, ich überdreh mich. Komm mit den Nüsse, Alter. Ich habe mich noch keinmal nicht überdreht. Also wie gesagt, Speed, Speed, Speed. Verhalten und bei der Kurve nochmal Speed. 2 Speed? Ich habe alles gespamt und dann bei der Kurve... Danke, dass ich hier nie was hatte. Also ich mag es mit einem Speed. Alter. Und da kommt Deko. Schafft das diesmal? Komm schon, jetzt kriegen wir was hin. Ja. Ja. Hopp. Oh, da kommt Kemp. Boah. Ihr habt es noch nie geschafft. Also ich bin... Ich muss doch die Technik nochmal gucken. Die Technik... GG. Das Ding ist... Die Speed ist ein bisschen weiter links. Dadurch ist der Flip richtig unschön, weil die Speeds rechts nicht sind. Doppel. Gar kein Speed eingesetzt. Doppel. Nein. Doppel. Alter. Alter, ich bin... Das ist jetzt dein Challenge. Rutsche hier unten nicht weg. Ich weiß nicht so. Alter, jetzt ist böse. Ah! Ah! Ja! Nein, nein. Perfekt. Zum ersten Mal. Jetzt bin ich extra gebremst. Wehe, das ist zu schnell. Nice. Und da läuft das Ganze. Schönes Ding. Wie viele Autosufen von uns sind, ey. Was? So. Was? Können Sie jetzt ja ins Ziel erwarten. Immer! Ins Gesicht. So, oh, mein Auto brennt. Ich überlebe nicht mehr lange. Ich überlebe nicht mehr lange. Aber es hat noch gereicht. Nice. Aber das ging echt schneller als gedacht, muss ich sagen. Eine kleine Map hängen wir natürlich noch hinten dran. Also bis gleich. Letzte Map der Oldschool Week von Halbrahm. Oldschool Party Agenten. Man braucht alle Techniken, die wir bisher so erlernt haben. Bin mal gespannt, wie die so ist. Leute, jetzt wo mein BMX wieder funktioniert, haben wir hier eine Party Map für euch. Ei, 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 ei. Ist mit den keinen Stunt-Elementen, aber alle Oldschool-Techniken. Also es sind schon Oldschool-Elemente, aber leider seht ihr schon unten rechts. Es ist gebaut im Cunning-Stunt-Editor. Das heißt, respawnen geht schneller, aber das sollte ja eigentlich der Einzige... Na komm. Loin! Wieso darfst du denn hier gehen? Okay, ich fahr nochmal zurück, sorry. Please. Nee, dahin, denn. Nee, du musst zurückfahren. Hey, was für, du fährst zurück? Sorry, wie wär's, wenn du einfach respawnst? Ja, das ist wirklich so. Ja, ich wollte doch gerade. Ich fahr nochmal eben zurück. Hier, ihr müsst, hier. Ey, der nächste. Please. Hier, das ist der Tipp. Hammer Tipp, Alter. Ganz nach hinten. Ich bin zweimal von euch geblockt, das ist doch kein Tipp. Ich weiß, wie die doofe Technik geht. Alter. Leute, wir nehmen Container, ciao. Alter, geil. Okay, nee. Komm mal zurück. Das ist ja nicht ohne Grund hier. Leute, ist mein Reifen geplatzt, oder was? Ich brenne und ich komm nicht hoch. So. Ja, ja, ja. Nein! Ihr müsst einfach mit Wheelie hochfahren. Ganz, ganz easy peasy, man. Hä, mit Wheelie hab ich aber schon gemacht. Nein, mit Hinterreifen. Ich war ja gerade zu schnell. Yo. Fahren wir weiter. Hey, da ist meine Technik abgekupfert. Ich bin ganz anders gefahren, Alter, so wie man normal fahren würde. Hey, ich kann doch nicht hoch. Ah. Imposter hoch. Das war das, Alter. So, wieder. Das ist ja nicht schwer. Ganz entspannt. Da ist ja kein Battle. Das ist nicht schwer. Ich bin doch nicht hochgekommen. Ja. So, hier hoch. Hier brauchen wir die Technik. Hä, wie macht ihr das? Easy. Ich wollte gerade sagen, easy. Nein. Nur hier war ich ein Ticken zu langsam. Ey, wie zum zweiten Mal, ey. Was? Echt? Ey. Immer gegen die Kante gekommen und dann falle ich runter. Zweimal, genau in der Kante. Beko, du brauchst gar nicht so viel Speed by the way, ne? Oh. Okay, aber es fängt schon mal an. Nein, ich fang. Unter den Rand, cap mich, cap mich. Man muss cap so gut halten, die ersten zwei Trys, weil wir cap auch weggehauen. Ja. Oh, das Dach ist so groß. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. What? Okay. Jetzt ist die Brams-Technik. Easy. Ja. Wir hier rüber. Full Speed. Extrem viel Speed. Okay. I see. Aber das ist auch kein Problem. Für wieder nicht. Wir brauchen einen zweiten Respawnplatz hier. Ja, endlich. Nein. Alter. Oh, oh. Ah, vielleicht von hier einfach. Nicht aber lang geslided. Ey, what the? Hier mal, wir gucken mal. Grindest du hier auch ein bisschen? Ja. Hallo. So, jetzt aber ein schöner. Oh. Ja. Hab ich mir auch schon gefunden. Vielleicht nochmal da hinten holen. Das ist krass. Oder vielleicht links drauf. Ey, ah. Jetzt siehst du das. Und slide ich hier so krass runter. Please. Nein. Oh, das war echt knapp. Ich bin mit Nummer 8 angefahren. Hallo. Ich bin doch da nur drauf, ey. Ja, man büdet fast die Plattform. Es fehlt nicht viel. Es fehlt wirklich nicht viel. Drauf. Ey. Das slide immer richtig rum. Okay. Warte Nummer 8. Und Willy. Nein. Oh. Weiter als das bin ich auch noch nicht gekommen. Geh doch da einfach drauf. Ey, dass wir am Anfang einfach nur so befallern müssen. Bin ich gerade gespawnt. Hast du es immer noch nicht, Deco? Willy hochfahren. Du musst so einen ziemlich starken Willy drauf haben einfach. Ja. Mist, die Mist, die Mist. Alter, man hat auch so wenig. Ey. Wie man hier slidet. Alter. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das ist nicht normal. Warte, versuchen wir von hier mal. Ja, das hab ich auch schon gedacht. Aber ganz ehrlich, den Speed, den man hier mitnimmt, das ist doch Gold wert. Dürfte eigentlich so sein, aber da brauchst du eben eine schnelle Technik. Lol. Das ist genau die Technik. Genauso muss das laufen. Genauso. Wow. Ey. Nice. So, schauen wir mal nochmal nach. Geil gespawnt. Und hopp. Oh, bin drauf. Echt? Wirst du das geschafft? Brawlike beschleunigt. Ganz einfach. Du hast also nicht den hinteren Speed mitgenommen. Ich bin einfach gerade ausgespawnt. Okay. Die Off-School-Technik haben wir schon mal begriffen. Off-School-Meister Kev meldet sich zu Dienst. Weiß ich nicht, wo wir da vorne was... Oh, nein. Nein. Es gibt eine Lücke zwischen Schiff und Hafen. Das ist genau immer die Lücke, wo ich reinrutsche. Please. Hardcore-Speed. Geht's hoch. Nice. Oh, das ist eine geile Map. Also schöne Elemente gebaut sind hier. Nein. Deko, wie läuft's bei dir? Er ist auch bei mir jetzt. Und er hat den guten Spawn. Please. Ich habe den Punkt bekommen. Was? Du bist neben mir geplatscht? Ja. Habe ich gesehen. Noll. Oh, nein. Okay, noch schneller. Deko hat's first try genommen. Ich habe den Punkt first try gemacht, ja. Ja, geil. Please. Er ist neben dem Wasser geglatscht und hat den Punkt bekommen. Manche brauchen da, manche brauchen da. Deko braucht das scheinbar nicht. Ja, aber ich bin wirklich genau neben Marvin im Wasser gelandet. Oh, das gibt's doch nicht. Ah. Gut. Also ich bin auf der Haltung sogar richtig drauf gelandet, also. Ja, habe ich gesehen. Und der erste Spawn, der ist so okay. Es wird die zweite. Hatte man wenigstens noch so einen guten Spawn hier. Wird schon schwieriger. Ich weiß halt nicht. Ist da hinten eine Plattform oder ist die da nicht? Stippelippelum, stippelippelum, ich bin der Eiermann. Hat geklappt. Das war's auch nicht. Hm. Kann man da drauf jumpen oder? Ah, nee. Von gar nicht. Er hat gerade gesagt, klingeling, hier ist der Eiermann. Das war ich. Lesen lernen, aber ich kann lesen. Ich kann lesen. Ich kann lesen, lol. Er hat den Punkt genauso wie Deko bekommen. So, und jetzt? Okay, 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 okay. Oh. Das wird nice. Okay. Zuck. Achso, da braucht man, ah, da braucht man Speed. Okay, 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 okay. Oh, leu, leu. Okay. Gewehen. Wo ist der scheiß Punkt hier? Okay, okay, okay. Wir folgen, wir folgen. Dahinter? Okay, ich glaube, das haben wir. Bei welchem Punkt bist du, Cam? Oh, lol. Lol. Oh, nee, ich bin drauf. Huh, da hab ich ja vorbeigeflogen. Okay, nice. Das ist die nächste Technik. Können wir sie noch? Hallo, bei welchem Punkt bist du? Ähm. Sieben. Ach, sieben, ja. Ja, das sind 29 Punkte, Alter. Hier ist... Ja, man, ordentlich. Man kann Leuchte reinspringen können, Gigi. Nice. Den holen wir uns auch fürs Try. Also, die Techniken der Outschool sind bei mir präsent. Oh, shit, shit, shit. Okay, wir wollen jetzt weiter nach vorne. Ey, das ist der scheiß Motorrad hier mal runterrutscht. Geil. Geil, geil, geil. Okay, Freunde, wir machen weiter. Ah! Feigen Sie. Ein bisschen Outschool-Skill. Okay, das ist Käse. Hallo? Ja, willkommen. Hallo, Michel? Ey, mein Motorrad ist kaputt, Alter. Der Motorrad ist kaputt? Ja, ich kann an diesen scheiß Schrägen hier mal nicht mehr anfahren. Der rutscht nur zur Seite weg. So, geht noch. Mensch. Wie soll er nicht immer im Wasser? Das ist so unlogisch. Oh, jetzt kommen hier wieder Kisten-Clack an. Ich bin eine Wasserratte. Oh, hier ist ein Booster. Unangenehm. Was? Unangenehm. Loll. Wo ist denn der Punkt? Hier ist ein Booster für ein Gleit. Ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Das ist ein Booster für ein Gleit. Unangenehm. Ja, weil das eine Outschro-Map ist, Junge. Achso, ja, okay. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich bin jetzt hier oben drauf und ich weiß nicht, wo der Punkt ist. Du musst runter in dieses komische, viereckige Teil rechts von dir. Ja. Und dann da die Container hochfahren. Yeah. So, wir müssen jetzt hier erstmal richtig an Höhe gewinnen. Denn irgendwie, die Booster reichen mir ehrlich gesagt nicht aus. Loll. Also irgendwas ist hier... Warte mal, geht das vielleicht? Ich weiß, ob das klappt. Klappt das? Und es klappt. Sexy. Okay, go. Sexy. Und der nächste klappt ebenfalls. Hoch mit dir, Baby. Der Booster reicht nicht. Siehs. Hä? Also beim ersten Mal hatte ich das Problem nicht. Bin ich aber lang gefahren und dann easy peasy. Jetzt schaffst du nicht mehr mal über das Wasser. Okay. Come on. Oh, Leute. Hab ich überdreht. Alte Welle. Ich krieg hier alle so knapp hier die ganze Zeit. Ey, dass ihr mich an so einer Stelle verhältst, dass die Booster an einer Outschool-Map sind, Alter. Hätte ich auch respawnen können, Alter. Das ist ja Behindie, ey. Wo ist... Ah, hier. Die gehören hier nicht, dass du halb ran. Lass dich nicht schämen, Junge. Spielt. 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 Ich schäme, wirklich. Na, ach, scheiße. Hilfe. Warum schämen Kev sich? Wieso sich halb ran nicht schämen, sage ich. So, warum schämen wir halb ran zu tun? Eine Outschool-Map und dann auch noch Booster, die random sind und mich vom ersten Platz mit Abstand zum Dritten machen gleich. Ja, ich hab's jetzt fast zum Punkt geschafft. Ja, GG, Alter. Ich schaff's manchmal gar nicht über diesen See rüber, Alter. Was, Alter? Ja, ich bin aber nicht hoch genug. Ich komme aber nicht hoch. Okay, Daddy kommt jetzt auch. Ich schaff's einfach nicht hoch. So, jetzt hab ich's aber nicht hoch genug geschafft. Ich will... Kev, du kennst die Technik mit dem Hochfliegen, oder? Du musst kurz nach VW. Ja, ja, aber da ist ja... Nein. Ja, klar. Da rüber, Baby. Come on, Alter, weil im First Try haben wir's schon fast irgendwo aufgeschafft. Jetzt zieh zu. Ich hatte den Oberspeed gerade und hab aber verkackt. Aber... Okay, ich bin gleich bei euch. Halbraum unschön für eine Outschool-Map, aber... Nehmen wir trotzdem hin, bist ein geiler Typ. Geiler Typ, Mann. Junge, jetzt war's doch hoch wie noch nie. Please, Alter, und jetzt easy. Also, so viele Tries, so bin ich noch nie geflogen. Egal. Please. Okay, okay. Trotzdem hoff ich, jetzt bleiben nur noch Outschool-Elemente da. So, weiter geht's. Wo muss der die lang? Äh... Ich ja nicht wissen. Hey. Ich bin oben gegen den, diesen komischen Rundgang von dem Teil gegengestoßen. Please, jetzt war ich wieder nicht mal annähern weit genug. So, und jetzt hier. Oh, das ist echt ein geiler Sprung, Mann. Ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Der ist gar nicht so easy, ne? Ne. Also... Ich komm hier nicht hoch. Ja. Ich verstehe manchmal echt nicht, wo der Unterschied ist zwischen... Und fällt noch im See ins Wasser und man kommt oben hoch. Ich hab gerade mal das Hinterteil so ein bisschen gedreht und dann ging's einigermaßen. Ey, please. Soll ich noch hoch? Also da bin ich jetzt hier ein bisschen... verwundert. Nein, das hab ich... Muss ich gar nicht drauf springen? Oder übersehe ich gerade was, weil... Ich meine, ich weiß, da kann man hochklettern, aber... Kev, wir kitzeln in einem Arschloch! Das wird ja nicht... Kitzeln! Kitzeln! Arschloch! Das war übrigens die Telekom, die freundlichen Arschkitzler. Nein! Oh, ich hätt's jetzt, glaub ich, geschafft, aber ich hab's nicht geschafft. Für freundlichen Arschkitzler, Alter. Ey, die Telekom sind ein Arschkitzler. Telekom sind ein Arschkitzler, ja. Hab ich gerade gesagt, oder nicht? Das war die Technik. Oh, Leute! Da oben hin? Du? Leute! Also man kann's auch relativ easy schaffen, wenn man den Jump rüber schafft und dann gegen diesen Metall-Sound springt. Ja. Oh, Leute, den Punkt hab ich so gekriegt. Wow! B, den Punkt hab ich dann gekriegt. GG! Okay, weiter geht's. Leute! Aber das wollen wir nicht. Old-School-Skill zeigen. Wir werden's sehen. Oh! Das ist immer so knapp, ey! Ah! Ja, diese Begrenzung da nicht. Dieser Wanderweg da oben, dann könnte man da easy drauf kommen. Oh! Der Wanderweg, Marvin. Hey, ich hab das nochmal über den See geschafft. Ich versteh einfach... Ich versteh's nicht. Ey, nein! Wieso? Das ist doch so... Lois! Oh, ich hab nichts anderes gemacht. Jetzt bin ich todesweit geflogen. Ich hab einfach nur Wheelie gezogen. Du bist so easy draufge... Nochmal Wheelie. Und ich lande... Ich... Ich mache nichts anderes als lande im Wasser. Ja, das ist... Ich hab auch geilen Wheelie gezogen, muss ich sagen. Hat auch auf einmal so einen richtigen Oberspeed halt einfach. Und dann bin ich so was von easy reingezogen. Ah! Ah, komm! Ich muss eigentlich nicht drauf treffen. Okay. Hallo, Kev! Spürst du die Feder? Sie kitzelt dein Arschloch. Kitzel, kitzeln! Aber dein Glück wirst du den sowieso bei First Try packen, wo ich wieder so lang gesessen habe. Ey! Ja! Entmounted! Please! Alles Gute! Muss man sagen... Bei Cunning Stunts ist der schnelle Respawn, ne? Also muss man einfach mal... Ah, der ist wirklich cool, also... Ah! Oh! Nice! Endlich, Alter! Bin ich so, als wäre das eine schwere Stelle gewesen hier. Mann, oh Mann, oh Mann! Ah, shit! Okay, weiter geht's! Was haben wir jetzt auf uns zukommen? Freunde! Please, Alter! Oh, yeah! Schön! Hier, hopp! Komm schon! Oh, yeah! Und schon wieder ein Booster! Und schon wieder ein Booster! Unschön! Weil es hier nur auf weit geleiteten Skills ankommt, sondern einfach nur, ich weiß nicht, random der Speed ist, der einen weiter schleudert oder nicht. Ja, ich glaube... Halbrahm, Unschön! Was hast du hier mit den Boostern zu schaffen, Junge? Bestimmte Dings-Technik, äh... Fünf-Technik. Nicht nett. Fünf-Technik. Das ist nicht nett, Halbrahm, Mensch! Ah! Also, du musst so einen bestimmten Wheelie haben, dann fliegst du einfach weiter. Das ist halt der Booster-Wheelie, den du brauchst, ne? Ja! Ey! Oh! Drauf! Drauf! Oh! Wieso dein Gigante? Come on! So, sehr schön! Kev! Ich kitzel dich! Ganz ehrlich, ich hänge eigentlich nur, wo die Booster sind. Mein Geist ist nicht auf Booster eingestellt. Diese Booster! Ey, ich... Es ist einfach... Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Marvin wird jetzt bestimmt wieder First-Try beenden mit dem Booster hier. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, oder was da verlangt wird. Ich... Weiß auch nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass der Booster dich hochschleudert, und mehr habe ich noch nicht gesehen. Und bisher habe ich es noch niemals hoch geschafft, also... Ach, der Punkt ist da oben, okay. Komm schon! Pies! Bin ich eiskalt runtergerutscht! Ey, es kann nicht! Das ist aber eigentlich nicht das Problem, also... Ey, wieso bin ich auch mal zu langsam? Neko, trust me... Komisch, komisch, komisch! Du brauchst einen richtig Gang-Wheely. So, und da ist einfach... Okay... Lol... Ah, okay, jetzt weißt du, wie ich zu langsam bin, wenn ich... Richtig easy, kein Problem reingeflogen. Das ist so affig, ich habe nichts anderes gemacht. Nichts anders gemacht! Gar nichts! So, ich glaube, man muss hier einfach eigentlich nur hoch fliegen, ne? Ja, aber... Alter, wie du direkt entmountest! Ja, das Ding ist, ich bin schon auch sehr hoch geflogen, habe den Punkt oben nie gekriegt, und man kann glaube ich nirgendwo oben drauf landen, ne? Verläuft. Lol, ich klatsche einfach gegen! Hm... Okay... Ah, ist irgendwie bisschen... Wir kommen mal auf diesen... Auf diesen nächsten Container drauf, diesen Silo... Fünf-Wacht-Technik. Da bin ich so drauf gekommen. Ja, musst du fünf-Wacht-Technik auf den Luft machen. Hey, habe ich gerade gemacht, aber ich glaube nicht nach vorne. Nein, da auf da! So... Alter, okay, der Punkt ist... Randy Random. Hey! Ich bin jetzt so hoch gewesen wie die Plattform, aber ich fix halt einfach nicht. Hm... Okay... Also... Hochfahren muss. So! Hä? Pies! No, ich bin auch richtig no. Hilfe! Richtig komisch untergeflogen gerade. Geht doch! Hey! Ah! Hä? Ich komme auch nicht mehr hoch! Manchmal einfach kein Speed. Ist so. So... Manchmal ist das... Manchmal ist das so easy, manchmal... Ist wirklich so. Eigentlich ist das auch easy, aber... Man macht es halt so häufig, dass man irgendwann... Was? Ich bin weg. What? Hä? Warum habe ich da jetzt gerade so Probleme? Hä? Wie... Wie kann ich denn... Zurückfliegen? Ist da irgendwie eine Rampe, die mich zurückdrückt? Hä? Was ist denn hier das Problem gerade, ey? Hä? Ich schaff's einfach nicht mehr! Ich bin vorne... Hä? Hä? Wir sind gerade verflucht, glaube ich. Hä? Okay. Ich habe euch mit dem Ziegenfluch belegt. Endlich! Nach zwei Milliarden Jahren! Ich schaffe es irgendwie nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also irgendwas mal... Heiko ist jetzt auch wieder da. Das ist so... Das ist so typisch, ne? Die ganze Zeit so weit vorne. Nein! Nein! Eiskalt... Nur wo Booster sind Zier. Okay, du musst auf jeden Fall links fahren. Ja, du musst dann der Wand lang fahren, ne? Du musst schnell hochfahren. Du musst das schnell hochfahren. Du musst das schnell... Das schaff... Ey! Warum?! Der Fluch ist gebrochen. Deine Leiche blockiert mich. Du bist trotzdem vor mir. Ich wollte es aber schnell machen. Deko sprengt alles weg. Deko hat den Ziegenfluch wieder reaktiviert. Fahr da hoch jetzt. Wahrscheinlich. Hä, wieso? Hä? Auf einmal richtig Speed nach oben gedingst und dann fallen wir wieder runter. Zur Seite gespeedet. Ja, das ist... Jetzt bin ich drauf. Okay, also. Auf jeden Fall weiter links. Warum gibt er denn kein Gas jetzt? Ey, Digga! Ey, er steht einfach nur. Wenn du da stehst, kommst du nicht weiter. Marvin, das ist falsch link by the way. Hä, wieso? Ich war fast vor. Du musst rechts anspielen, weil da ist der Punkt. Du kannst ja nicht oben landen. Doch, ich glaube das geht. Du musst nur irgendwie an den Punkt. Ich war schon über die Plattform rüber. Du kommst einfach nicht nach vorne. Okay. Ich würde es aber gerne nochmal mit links ausprobieren. Versuch es, ruhig. Alter! Alter, fall nach! Mit dem Speed nicht hochgekommen, please. Er hat manchmal einfach oben so zur Seite weggedrückt. Ja, das ist... Wie der Übergang von diesem komischen... Ähm... Zahnpfleger zum Container. Der ist... Ich weiß nicht, wieso der Unschmuf ist, aber irgendwie... Und wenn man hier oben ist, was das Problem will? Hallo! Ist er oben, oder wie? Ja, aber was... Hä? Ja, wir sind da... Wir kriegen den Punkt denn nicht. Ey, halt... Wieso fährt er denn nicht? Achso, ich dachte, wie Gott, den Punkt schon. Nein. Wir waren hier oben. Achso, nee, da waren wir auch schon so ganz oft oben. Aber wir wissen nicht, wie wir dann den Speed nehmen sollen. Hä, kann man da nicht reinfliegen, einfach? Ja, versuch es mal. Ich meine, was wir die ganze Zeit versuchen, aber das Randy Rennen nur boostern. Ist genau so geil wie der andere. Fick scheiße! Das Ding ist auch... Ganz am Anfang sind wir da jeden Try hochgekommen. Und seitdem wir irgendwie jetzt verflucht sind, kommen wir da nicht mal hoch so easy. Dem wir auch zu mehreren sind, wird schwieriger. Äh... Komm so, was die letzten drei Trys schon, Alter. Solche Trys lassen sich noch wenigstens vor, ey. Fahr zur Seite weg. Fahr zur Seite weg. Und bin oben gelandet sogar. Echt? Dies, Junge, so einlackern, ne? Ja, ich bin einfach nur auf dem Speed aufgefahren und leicht nach rechts, fertig. Ey, Junge. Da bin ich schon zehnmal aufgefahren, so. Bin weg. Das ist richtig gemacht. Ganz ehrlich, das ist einfach nur Glück. War pretty easy. So, jetzt gibt es endlich auch mal Deko-Glück. Deko-Glück! Hä? Ich komm da nicht mehr hoch! Ich bin nach rechts lang gesprungen, genau wie Deko gesagt hat. Ich bin unter der Brücke rausgekommen. Direkt gestorben. Aufgefahren. Direkt gestorben. Ja! Ja! Das hat der Niko versucht. Okay, okay. Jetzt ziehen wir die anderen ab. Ich würde sagen, wir fahren erst ins Ziel und sagen erst mal verdient gewonnen. Ey, und jetzt kommt das Ziel, please, Deko, wirklich? Nein! Aber ich finde, ich hätte es verdient. Ach so, also du bist nicht auf der... Richtig hart, Alter. Wenn es jemand weniger verdient hat, dann du weiter. Ich habe es richtig hart verdient. Hallo! Ho! Ho! Alter Falter. Loll! Alter Falter! Was kommt denn da für Scheiße? Hu! Jetzt muss ich Papa erst mal angucken. Okay, ich habe es jetzt auch. Ach so, da unten muss ich hin. Du musst wirklich nach oben fahren, gerade erst mal und dann ein bisschen nach rechts lenken. Dann hast du es. Hey, I told ya! Denn nicht so, als hätte ich das nicht schon heute gemacht. Oh, okay. Hä, wieso kann ich denn... Das war aber auch ein haariger Punkt, ey. Huiuiui. Das ist ein nerviger Punkt vor allem, Alter. Die beiden Booster-Punkte sind so richtig random, Alter. Das ärgert mich halt einfach nur. Ich meine, klar, ich habe es in dem Fall besser gemacht, aber... Was? Mann, ey. Ja, das ist aber auch ein Punkt, der ist... Weil man... Leuchten. Walsch rum. Lol. Ja, weil man erst mal hochfahren muss. Das rasiert einen schon. Ey, das... Ey, wieso... Ich glaube, dass es unterschiedliche Speed gibt halt einfach. Ich habe es genauso gemacht. Bin hochgefahren, habe nach rechts gelenkt nichts. Bin über die Platzung rübergeflogen, am Punkt vorbei wieder runtergefallen. Ey, ich bin so genau zu dem Punkt geflogen. Ey, ich nehme Anschwung. Ich fahre mit 300 kmh auf die Rampe auf. Und werde sofort auf 2 kmh abgebremst. Hä, das geht doch! Wieso? Hä? Der nächste Punkt geht nicht. Der nächste Punkt geht nicht. Nein! Also... Müsst ihr ja herkommen. Erstmal labe ich jetzt scheiße, aber... Es geht nicht. Okay, ich bin gleich bei dir. Ein Punkt noch. Das ist doch so randy random, Alter. Ich hatte so einen geilen Vorsprung, ne? Ja, das stimmt. Peace! Oh, okay. Jetzt muss ich jetzt... Ich weiß nicht was, wie Glück kann man einfach haben. Jedes Mal, wenn ich den Booster nehme, bugge ich irgendwie unter die Brücke, sterbe, entmaunte, irgendwas. Ich fahre genauso, wie ihr es sagt. Okay, ist doch easy! Wie ich es dir jetzt auch gemacht habe. Das geht doch nicht. Rechts den Zaun nehmen, Diko. Hä? Rechts hier den Zaun nehmen. Easy dann. Zaun kann man nicht annähernd hoch. Alter! Doch. Also ich hatte zweimal... Ich bin sogar zu weit... Zu weit geflogen. War jetzt echt easy. Bitte irgendwo drauf. Nein! Ja! Nein! Oh Mann, Alter! Ich hatte es doch! Nein! Bei mir war es viel kranker, Mann! Aber das ist doch easy, Mann. Wirklich. Du bekommst ja jeden Try. Hä? Wenn du die Rampel, die dafür gedacht ist, nicht nimmst. Dann schon. Bei der Rampel, wenn du auffährst und nicht schon beim Auffahren krassen Wheeling hast... Was ist das denn für eine Scheiße? Fährst du einfach nur dagegen. Hä? Hä? Wir sind mit dir. Junge, das ist doch so behindert. Das ist einfach nur random. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur random, Alter. Randy. Wirklich Randy, Alter. Randy, der Codefresser ist das hier. Komm schon. So, Baby. Please, wirklich. Was ist hier los? Wir schauen mal, was es noch soll. Es kommt wahrscheinlich noch. Eh. Hardcore 4. Wir fangen gerade auf und ziehen dann... Wir fangen gerade auf und ziehen dann nach rechts. Ah. Ich bin mal gespannt, was es kommt. Finally habe ich diesen Punkt, ey. Der Lotterie bringt. Lotterie, Lotterie. Ah. Ich bin tatsächlich diesmal drauf gelandet, aber... Ich würde sagen, Randy Randy, das ist... Wow. Muss ich nicht drauf? Wow. Ah, hau. Aber er hat das noch, oder? Mann, Mann, Mann. Geht doch. Nein, ich komme hier nur oben drauf. Was ist denn hier für eine Technik? Wachtechnik vielleicht? So. Hier müssen wir ganz schnell machen, um die Leute einzuholen. Okay, jetzt für Wachtechnik. Wachtechnik. Wieder Speeds. Halt Rahm. Mensch, schäm dich, Junge. Was haben wir Speeds zu suchen? Hier gibt's nur noch ausgültig. Ein Speed, okay. Zwei Speed, such mir die Eier, Alter. Aber drei Speeds? Was soll das denn? Ach, Leute. Da ist das Ziel. Immer wieder ein Speed, Alter. Das Ziel. Gibt's noch nicht. Das Ziel. Das Ziel. Nein. 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 Das gibt's doch nicht nur in dieser hässlichen Blick. Nein, kein Gleit. Hey. Hey, wie kommt man in der Ruhe? Hade Schokolade. Ey, ich... Egal. Diese 5-8 Technik hier, die rasiert mich gerade. Es ist wichtig, Fun zu haben, ne? Fun. Fun, Fun, Fun. Fun, 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 Fun. Ja, schon wieder nichts. Okay. Ja, ich bin im Ziel. Peace, Alter. Peace, ey. Peace, ey. Sorry, Wuchat-Jones. Els Ziel als erster. Yay. So, oh, hallo, Kev. Oh. Ja. Siehst du diesen Smiley, Marvin? Kev, wir fingern dich gerade. Hm. Ne, aber den sehe ich nicht. Wie, den siehst du nicht? Alter, wir müssen unbedingt mal wieder... Oh, please. Ey, Motorrad in Ego-Perspektive ist so krank, Alter. Das ist richtig geil. Ich fühle, Alter. Das war ein schönes Smiley. Oh. Das sieht doch geil aus. Ganz ehrlich. Wir sind ein richtiger GTA-Künstler. Richtiger Künstler. Richtiger Künstler. Peace. Alter, wie du hängst. Die Autorra liegt da oben. Alter, wie du alles voll geblutet hast. Hast du deine Tage, oder wie? Okay. Please, please. Hallo, Kev. Hallo. Oh. Ja. Oh. Hallo. Bist du wirklich mein Smiley hier nicht? Ne. Man sieht Schüsse nicht. Wir haben richtig geile Smiley gemalt. Man sieht Schüsse leider nicht. Ah, ist das. Hey, so. Follow Maze. Gut, dass mein Motorrad da oben liegt, Alter. Da werde jemand Zweites reingelegt. So, ich seh da ne Schüsse. Junge, du kannst überhaupt malen, Alter. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Hier. Digga, ich hab nur ne... Warte, ich brauch was richtiges. Mach auch noch von vorne. Siehst du? Er hat ein lachendes Gesicht. Guck mal da oben. Digga, wie deins aussieht. Hier oben, meins sieht viel geiler aus. Ich seh da eins nicht. Deine sieht richtig random aus bei mir. So, das sieht doch nice aus. Ich male etwas aus deinem... Ich male etwas, was dir entspricht. Oh, lol. Please. Please, der Künstler wird getötet, während der einen Penis malt, Junge. Oh, das ist echt Hochverrat. Das ist wirklich so, ey. So, okay, jetzt konzentriere dich da. Hat er, hat er. Alter, das geht mit meinem Hals hier ab. Er sieht richtig random aus. So. Und ich glaube, dit war's. Ja, krass, Leute. Was soll ich sagen? Es war ne geile Rep. Schade, dass Booster dabei waren. Lief nicht ganz so geschmeidig. Ich hoffe trotzdem, mir hatte Spaß. Ich hab ein bisschen gekarrt. Und das machen wir jetzt hier fürs Try. Wir machen das so. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Alter, wie geil bin ich da hochgefallen. Alter, wie hoch gesetzt wurdest. Ich bin richtig irgendwie hoch gesetzt worden. Und dann zwischen den Containern einfach abgesprungen. Okay, hier machen wir das jetzt. Ciaoikowski. Ciaoikowski. Ich habe nichts gesagt. Ciaoikowski. So, sind wir drüben. Bist du über das Grüne gefahren, Marvin? Ich bin... Nimm links einfach diese Bande. Aha. Mogli, Schmogli, glaub's ja nicht. Mogli, Schmogli. Und rüber. Da ist er. Muchachos. Das war die letzte Oldschool-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaut natürlich auch meinen lieben Cap vorbei. Und Songkis und Matt selber ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Bis morgen. Reingehauen. Bis morgen. Bis morgen!